Und schauen mal, wie er jetzt mit diesem Wust hier klarkommt. Ja, hallo Freunde, lasst uns heute einmal hier über den Shark Detect Pro sprechen. Ein Staubsauger mit einer Absaugstation, so dass ihr ihn nicht mehr selber entleeren müsst und nur ab und zu mal hier in der Station den Schmutzbehälter entleeren müsst. Detect Pro nennt sich das Ganze und zwar Detect Pro. Warum? Weil ihr jede Menge Erkennungen habt, also eine intelligente Düse entsprechend. Also Schmutzerkennung, dann einmal Eckenerkennung, habe ich schon ausprobiert, funktioniert wirklich erst rein. Dann einmal die Bodenerkennung, ob Teppich oder Hartboden und dann einmal Light Detect. Also dort, wo es dunkler wird, schaltet er das Licht dann entsprechend auch nochmal hoch. Ja, was gibt es noch zu sagen? 399 Euro, sowohl auf der Shark Webseite als auch eben auf der Amazon Seite zum Beispiel. Das ist jetzt das Modell DE, was ich euch in die Titelbeschreibung gesetzt habe. Es gibt auch das Modell EU, aber die unterscheiden sich nicht, sind also identisch. Nur, dass hier eben halt vieles auf Deutsch draufsteht und Französisch und bei dem anderen eben halt Englisch. Das ist der gesamte, der ganze Unterschied. Ansonsten sind es identische Geräte. Was gibt es im Lieferumfang? Im Lieferumfang ist der Staubsauger, die Station. Und es gibt hier einmal eine Kombi-Fugendüse, vor allem mit der Bürste, die ihr umklappen könnt. Und es gibt hier so eine Duftkartusche, die ist dann hier in so einer Dose drin. Wo die sich verbirgt, zeige ich euch gleich, wenn wir über die Station sprechen. Damit eben halt das Ganze nicht anfängt zu stinken, wenn ihr das Ganze da zwei, drei Monate, sechs Monate, je nachdem, was ihr für ein Staubvolumen habt, in der Station lasst. Es riecht ganz angenehm. Man kann es einstellen, wie intensiv das ist. Dann gibt es einmal hier nochmal den Hinweis, dass ihr eben halt die Saugleistung umstellen könnt. Die Akkuleistung habe ich euch getestet, also die Laufzeiten der einzelnen Stationen. Und zwar einmal habt ihr Auto, Eco und Boost. Und die nenne ich euch später, wenn wir uns das Gerät, wenn wir uns den Akku angucken. Es gibt eine Kurzanleitung und das hier ist mein ZL. Da seht ihr, ich habe schon wieder jede Menge gemessen, weil es immer sehr viele Daten gibt, die euch nicht genannt werden vom Hersteller und so weiter, dass ihr die auch habt. So Freunde, es gibt so eine Art Standfunktion, nämlich eine Anlehnfunktion. Heißt also, unten im Knick könnt ihr es arretieren und dann könnt ihr es zumindest anlehnen. Stehen tut das Ganze nicht. Es würde immer wegrollen und immer hinfahren. Alleine schon, weil der Schwerpunkt hinten der Akku ist und das funktioniert also nicht. So, lasst uns einmal über die Station schauen und zwar die Station. Hier hat, wenn ihr einsteckt, Kabellänge 1,25 Meter übrigens. Ich drehe das Ganze einmal rum, dann habt ihr das wirklich auch einmal von hinten gesehen. So sieht es aus und hier hinten gibt es eine Kabelaufwicklung und hier hinten könnt ihr es wirklich einmal so reinstecken, dass es nach links oder nach rechts entsprechend rausgeführt wird. Und hier könnt ihr es einmal aufwickeln. Dann habt ihr hier einmal die Geschichte, könnt ihr aufmachen, da wo Luft reingezogen ist, dass ihr das Ganze einmal ein bisschen reinigen könnt. Ja, so ich drehe es mal wieder rum und dann schauen wir von vorne. Hier steckt dann diese Kartusche, die ich euch gesagt habe. Die könnt ihr also, hier seht ihr es, Anlegemarke, kann man das wieder hier so rausnehmen. Ja, und dann kommt die hier wieder Anlegemarke an Anlegemarke rein und dann kann man die wieder reindrehen. Ja, so und hier mit dem Reindrehen habt ihr gesehen, jetzt habe ich es verstellt. Und zwar habt ihr hier die Möglichkeit, die Intensität zu verstellen. Duftet wirklich ganz nett. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wonach, also das ist eher so ein Seifengeruch. Ja, aber wirklich ganz nett und wenn er es so einstellt, auch wirklich sehr dezent. Wer eben halt düftet zum Beispiel nicht mag. Ja, wenn ihr das Ganze einschaltet, vielleicht machen wir es später nochmal zusammen, dann ist es so, ihr habt hier keine Funktion, sondern das ist nur die Entleerung. Jedes Mal, wenn ihr den Sauger draufgebt, wird auch entleert. Es sei denn, ihr schaltet hier einmal drauf, das ist diese Mond- oder Nacht- oder Ruhetaste, wie auch immer ihr wollt. Und dann würde er nicht entleeren. Machen wir vielleicht später einmal zusammen. Ja, hier oben Kontakte für die Aufladung, hier wird entleert. Das ist schon die ganze Weißheit dieses Rohr, könnt ihr auch immer abnehmen, wenn ihr wollt, wenn ihr es mal transportieren wollt, sonst was. So, und hier ist dann der Behälter, den könnt ihr einmal rausnehmen. Ja, und dann wird der auch hier unten entsprechend einmal entleert. Zeige ich euch später am Videotisch, wie das funktioniert. Hier noch einmal, hier gibt es natürlich auch ein wenig Filtration. Das ist ein Filter hier, der hier drin steckt. Dann gibt es hier nochmal einen Filter unten drunter. Nehmen wir es ruhig mal raus. Ihr seht, also ein bisschen was habe ich schon gemacht. Hier fällt schon ein bisschen was raus. Ja, so, auch hier wird filtriert. Ich denke, das ist klar, damit eben halt kein Schmutz hier in den Motor kommt. Darum geht es. Also es ist jetzt kein Schutz im Speziellen für euch, sondern es ist hier wirklich ein Schutz, dass hier eben halt kein Schmutz in den Motor reinkommt. Also wirklich ein Vorfilter, wie man so sagt. So, könnt ihr wieder reingeben. Deckel wieder drauf. Hier, wie gesagt, Ansaugstutzen entsprechend. Ausgleichend und dann wird das Ganze hier rein und das schauen wir uns gleich am Videotisch an. Genau wie den gesamten Sauger auch. Ja, vielleicht sage ich schon mal was zum Gewicht von dem Sauger. Sehr schön gemacht. Eine schwere Bodendüse, 1200 Gramm. Dann das Rohr, weil wir ja hier noch den Knick drin haben. Die sind hier immer etwas schwerer, weil der Mechanismus ja da sein soll. Das Rohr hat 348 und der Staubsauger selber hat 1288. Heißt also, ich komme hier auf ein Gesamtgewicht von 2836, auf dem ihrer Webseite steht 2780. Also eher eine kleine Differenz, wo ich nicht weiß, wo die herkommt. So wie immer bei mir das Maß, wie weit kommt hier irgendwo drunter. Ihr seht also hier ab Knick geht es steil nach oben. Und da kann man jetzt auch nicht viel verändern, sondern das hier habe ich dann beim Messen weggelassen. Der höchste Punkt bildet wie so oft hier entsprechend das Gelenk von der Düse. Und das sind 7 Zentimeter. Und von hier gerechnet bis dort, bis wo ihr tatsächlich drunter kommt, habt ihr 70 Zentimeter. Also 7 Zentimeter Höhe, 70 Zentimeter kommt ihr drunter. Okay. So, was braucht ihr für ein Stellmaß hier für die Station mit dem Sauger drauf? Das habe ich mal für euch gemessen. Und zwar in der Höhe sind es 111 Zentimeter. Dann habt ihr hier breiteste Stelle, bildet hier eben halt die Düse, die ihr noch mit drauf bringt, mit dem Sauger zusammen. Das sind dann 26,5 Zentimeter. Und in der Tiefe habt ihr dann hier entsprechend 39 Zentimeter. So, was ich noch erwähnen wollte, wenn ihr das Ganze auf Shark registriert, kriegt ihr eine 5-Jahres-Garantie und 2 Jahre auf den Akku. So, und hier wollte ich euch mal eben ganz kurz zeigen, damit wir das Thema verlassen können. Normal, ihr stellt drauf, geht eben halt sofort auch die Selbstentleerung an. Und wenn wir jetzt hier einmal draufstellen, wir haben also jetzt hier einmal die Stummfunktion eingeschaltet, passiert hier nichts. Sobald ich das wieder ausschalte, das ist jetzt das Zeichen, dass eben halt Akkugeladen wird. Heißt also, in der letzten Konsequenz, wenn ihr es eben halt in diesem Nachtmodus aktiviert habt und ihr schaltet den wieder aus, würde er dann entleeren. Das ist das, was ich euch einmal zeigen wollte. Okay, machen wir weiter mit der Station. So, diese Station ist ja nichts anderes, wie nochmal zusätzlich ein Staubsauger mit Filtration. Und deswegen gibt es immer den Vormotorfilter, den ich euch gerade gezeigt habe. Diesen zweigliedrigen Filter. Einmal oben ein dicke Schaumstofffilter, dann darunter einmal noch der Stofffilter. Und dann muss hier natürlich eine Filtration sein, damit hier nichts mehr rausgeblasen wird. Und das heißt also, hier steckt ein weiterer Filter. Und hier steht schon, dass man das Ganze einmal runterzieht. Und dann habt ihr hier eben halt den sogenannten HEPA-Filter, Papierfilter, wie auch immer ihr wollt. Der eben dafür sorgt, hier sollte natürlich nichts mehr ankommen, dass da eben kein Staub mehr in den Raum geblasen wird. Schauen wir mal, machen wir es einmal wieder back. So, ja, rastet wieder ein. Und auch das hier ist selbsterklärend. Also das ist vom Handling alles schon tip-top. Also passt. Ja, auf die Behälterentleerung trifft das auch zu. Auch total simpel. Ihr könnt den Behälter jederzeit abnehmen. Das Ganze wird hier durch Dichtungen abgedichtet und hält so entsprechend drauf. Und dann habt ihr hier an der Seite einen Knopf. Und den betätigen wir jetzt einmal. Und dann sollten wir hier, ja, entsprechend in die Entleerung kommen. Ja, so sieht das Ganze von innen aus. Ich zeige es euch mal. Ich mache mal ein zusätzliches Videolicht an, weil das ist ja immer das Interessante. Das könnt ihr euch vielleicht im Laden dann nicht angucken. Ja, und dann seht ihr, auch hier ist schon ein bisschen was im Vorfilter drin, weil ich gestern schon mal den Akkutest gefahren habe für euch. Die Akkutests, also insgesamt drei. Ja, hier ist nochmal so ein Metallvorfilter. Alles abgedichtet rund um. Also, das sieht sich auch alles sehr gut an. Und wie gesagt, Entleerung einfach festhalten. An einer Seite dann hier Knopf drücken und dann dementsprechend geht das Ding auch schon nach unten hinauf. Passt. So, dann machen wir es nochmal, damit ihr seht, dass es hier kein Zielschießen ist. Rein und fertig. Also vom Händen her wirklich alles top. So, Freunde, dann hier nochmal unsere Fugendüse. Seht ihr hier, also könnt ihr dann, ist also hier wirklich mal straff gemacht. Bei vielen ist es so, da ist das so locker, da fällt das hier dann auch, direkt schon beim Saugen, bei meinem Philips ist das auch so, dann fällt das Ding immer runter und so weiter. Also hier könnt ihr es wirklich strafft arretieren und hier arretieren. Und die Geschichte passt natürlich sowohl auf das Rohr, als auch auf den Sauger. Entsprechend auch so, dass ihr es auch mit Rohr fahren könnt, wenn ihr hinter die Couch müsst oder sonst was. Um da mal ein Beispiel zu nennen. So, schauen wir uns unsere Düse an. Also, 1,2 Kilo. Deswegen liegt die natürlich super auf. Wie sage ich immer wieder, also alles was zu leicht ist, alles was sich irgendwo so bei 600, 700 Gramm bewegt, könnt ihr meistens vergessen, liegt da nicht richtig auf. Kann man auch benutzen, für Hartböden oder sonst was, aber gerade bei Teppichen ist das dann Unfug. So, einmal unten drunter geschaut. Also, hier oben sieht nett aus, hier gibt es eine LED-Beleuchtung, die werdet ihr später noch sehen. Die zeigt mir aber doch etwas arg in die Höhe und nicht fixiert am Boden. Die müsste normalerweise hier und dann runter zeigen, aber wird schön ausgeleuchtet trotzdem. So Leute, hier hinten Flexibilität, das habe ich euch gezeigt. Das ist wirklich sehr straff, aber es reicht nicht, um den Staubsauger in Standfunktion zu geben, weil eben halt hier die Räder drunter sind und er immer nach vorne dann abschmiert. Das ist das Problem, also er geht nach vorne weg. So Leute, dann einmal hier geschaut, ihr seht schon, hier gibt es einen Knopf. Dann könnt ihr hierher gehen und die Walze einmal komplett rausnehmen, ja, über diese Führung hier und auch hier wieder entsprechend reingeben, einfach wieder schließen, alles ist gut, ja. So, dann haben wir hier unten einmal die Räder und zwar hier vorne gummiert, leichtgummierung, ja, ist da, ja, hier hinten gummiert, damit eben alles da. Wenn man nicht zu weich sein, dann würden sich hier Partikel reinsetzen, das darf man nicht zu hart sein, dann beschädigt ihr euer Boden. Alles ist gut. Gut, die Walze, seht ihr schon, ist eine Stoffwalze, die aber hier entsprechend, das was wir beim letzten Mal hatten, ich glaube bei dem Dibea Akkusauger, den ich euch vorgestellt hatte, wo diese Lippen fehlen und wo hier diese Borsten viel zu weich waren. Das hier, die sind auch relativ weich, haben aber so ein Härtegrad, wenn man von 5 bis 10 nehmen, also 10 gleich sehr hart und 1 gleich sehr weich, dann liegen wir hier irgendwo bei einer 5. Und damit erreicht man das zumindest mal, dass man auch von der Oberfläche vom Teppich die Haare und so weiter rausgeht. Also, sehr schön gemacht alles, ja, läuft also so, nimmt eben halt mit den Lippen hier entsprechend auch von der Oberfläche die Sachen weg und dann hier ist nochmal zusätzlich eine Bürste. Also, und ihr seht, ihr könnt also nicht 360 Grad saugen, heißt also hier hinten haben wir wieder das übliche, ein Vlies, heißt also, ihr müsst immer Bahn für Bahn, weil ansonsten würdet ihr mit dem Vlies natürlich beim Zurückziehen den Schmutz mitziehen, das macht keinen Sinn, also wir müssen schon Bahn für Bahn saugen, was auch eigentlich immer noch üblich ist, bis auf Philips zum Beispiel mit der 360 Grad Düse oder es gibt auch noch ein paar andere, aber üblicherweise ist eben halt Bahn für Bahn. Schauen wir mal die Laufgut. Ja, ne, das läuft. Flexibilität ist da. Nicht so extrem, aber gut eingestellt. Und was euch vielleicht auch gefallen ist, ne, schaut mal hier dieses Rohr, das ist, und ihr schaut mal dieses Rohr, man setzt eben halt hier auf eine Komprimierung, heißt also, sehr große Partikel, da bekommt ihr nicht rein und es könnte sich eventuell mal festsetzen, wenn ihr jetzt extrem viele Haare habt oder sonst was, aber es ist unwahrscheinlich. Wir machen ja wieder einen Härtetest gleich. So, und dann seht ihr auch hier, ja, Luft einlassen, ne, damit wird natürlich mit einer geringeren Saugleistung an sich, hier mit 240 Watt, natürlich hier durch die Komprimierung ein gut stärkerer Sog entsprechend erzeugt, ne, dasselbe seht ihr, setzt sich dann hier beim Rohr fort, ne, auch hier entsprechend nach innen, haben wir wieder dieselbe Dicke wie hier, ne, entsprechend, weil das schließt miteinander ab und dementsprechend haben wir eine starke Saugleistung, auch mit weniger Watt. So, dann hole ich mal ein bisschen Luft und dann sprechen wir über das Gerät oder sollen wir noch einmal hier den Knick machen? Wir machen den Knick, so, der ist einmal hier, damit das vollständig hat, ne, und rastet automatisch wieder ein. Ihr müsst eben beim Saugen, das hat sich durchgesetzt, dass man natürlich hier unten drunter drückt und nicht oben oder rechts oder links. So, und jetzt gleich machen wir den sauber. Okay, bevor wir ihn einschalten, sprechen wir erstmal über die Hardfax, also über die Hardware hier. So, so sieht der Akku aus, ja, ist also ein Wechselakku, kann man also entsprechend auch nachkaufen und der Akku, der hat entsprechend bei 21,6 Volt und 2,35 Amp, heißt also 50,76 Wattstunden, steht auch drauf, könnt ihr nachlesen, habe ich jetzt also da nicht selber gemacht, messen, habe ich selber was ausgedacht. So, Akku, Laufzeit, da müssen wir drüber sprechen, und zwar sprechen wir dann darüber, wenn wir das Gerät später einschalten. So, dann seht ihr hier, habt ihr hier mehrere Knöpfe, ne, hier steht was von Entleerung, ja, könnt ihr machen, dann könnt ihr das entsprechend auch am Gerät entleeren. Ich halte es mal so besser in die Kamera rein, ne, oder so, so seid ihr besser dabei. Ja, also, ist machbar, das Ganze auch hier drüber einmal zu entleeren, ne, nur hier ist dicht, ja, heißt also, ihr müsstet dann schon so ausschütteln, um das Ganze zu machen. Und ihr seht auch hier, der Vorfilter hat schon ein bisschen was abgekriegt, weil ich, wie gesagt, schon mal die Akku-Tests gemacht habe. So, dann müssen wir natürlich hier bei der Geschichte darüber sprechen, wie sieht die Filtration aus. So, für die Filtration müsst ihr das hier einmal öffnen, und hier vorne auch einmal drücken, und dann könnt ihr das hier so rausnehmen, ja, so, das gesamte Ding hier, und dann habt ihr hier eben halt den Motorvorfilter, ja, und der Motorvorfilter, der sitzt ziemlich straff, hat aber hier eine Seite, so zwei Geschichten, habt ihr den entsprechend und könnt den auch mal fester ausklopfen an der Mülltonne, das sage ich immer. Es ist zwar überall mittlerweile beschrieben, dass diese Papierfilter auch mit Wasser zu reinigen sind, aber ich sage es auch immer wieder in jedem Video, Wasser, Staub, ne, das verbindet sich gerne, und, ja, dann ist das eigentlich kontraproduktiv. Versucht es so lange wie möglich ohne, nehmt euch einen Pinsel, geht hier mal rein, macht das sauber, klopft es wieder aus, und ihr werdet sehen, da bekommt ihr den so ganz tadellos wieder sauber, ne. Also, ihr müsst ihn einmal vorne öffnen und dann hier hinten diese Geschichten drücken, weil sonst bekommt das nicht hin, ne. So, ja, hier einmal wieder einrasten, da wieder eingerastet, und alles ist gut, ja. Ja, also, das ist ja schon nun wirklich sehr einfach zu machen. Einmal hier drücken, einmal da drücken, weil der Filter, wie gesagt, muss auf sein. Ja, könnt das rausnehmen, hier könnt ihr es wieder reinbringen, da wieder schließen, alles ist gut. Also auch hier Handling top. Und hier seht ihr auch schon wieder Anlegemarken, ja, und zwar in Form von Schlösser. Wenn ihr hier einmal aufdreht, dann könnt ihr hier diese Klappe abnehmen, ja, und dann verbindet sich hier eben halt, davon wirkt sich hier dann der Nachmotorfilter. Und dann seht ihr hier vorne auch schon wieder, das ist so eine Lasche. Ich halte mal so ins Licht, dann könnt ihr es besser sehen. Und die einmal drücken, aufmachen, ja, so. Und das hier ist ein Permanentfilter, der bleibt also entsprechend drin. Ich habe ihn zumindest nicht rausbekommen, nein, der ist also hier feste, verschraubt, feste integriert. Das heißt also, ihr braucht nur diesen Filter hier, der wird also hier reingegeben und dann, wo ist es da? So, und dann einmal wieder drauf, dann kommt eben halt diese Geschichte wieder drauf, dann einmal wieder zudrehen, alles ist gut. Ja, und auch hier sollte eigentlich schon, wir können es uns später mal nach dem Test ankommen, wenn ich daran denke, also hier sollte eigentlich schon nichts mehr ankommen, sodass man den wirklich nur ganz, ganz selten mal ausklopft. So, eingeschaltet wird hinten. Das ist die Eco-Stufe. Du auch wo? Auto-Stufe, ja, wir schalten hier nochmal ein. Es geht immer mit der Turbestufe los, jetzt Auto. Abschaltung, Einschaltung. Ja, ihr seht, dass es komischerweise immer mit der Turbestufe losgeht. So, Akkulaufzeiten. Auf der Eco-Stufe habe ich gemessen, was waren sie jetzt? Hier, mein Zettel mag schauen, 39 Minuten Eco. Ja, Eco nochmal dazu, ist das hier. Da, wo das Blättchen ist. So, das war Turbo und Turbo kommt hier 11 Minuten weit. Und dann, die Auto-Stufe ist natürlich nicht repräsentativ, weil ich es auch immer einfach laufen lasse, heißt also nicht tatsächlich sauge in Ecken und so weiter, wo er hochschaltet. Ja, aber Eco-Stufe habe ich dann, Quatsch, Auto-Stufe habe ich 25 Minuten gemessen. Also, nochmal, 25 Auto, 39 Eco und 11 Minuten eben halt in der Turbo-Stufe. Das sind meine Messungen. Ja, okay. Die schreiben bis zu 60 Minuten, aber 60 Minuten wäre hier eine Messung Eco ohne Düse. Aber das ist natürlich Blödsinn, Leute. Was ich immer mache, laufendes Gerät, natürlich mit Düse heißt. Also, die Praxis, ja. Das ist das, was in meinen Test kommt. Steht aber auch unten bei denen drunter Sternchen gemessen mit Gerät ohne Düse. Also, insofern. So, das gerade hat mir keine Ruhe gelassen. Deswegen habe ich jetzt mal hier die Düse draufgebracht. Und wenn ihr das einschaltet mit Düse, dann schaltet er natürlich die Autostufe ein, weil jetzt kann er natürlich auch was erkennen. Und wenn ihr ohne Düse einschaltet, dann denkt er natürlich, okay, ihr wollt hier irgendwas, ne, turbomäßig beseitigen, sonst irgendwas. Dann schaltet er auf Turbo ein. Aber wenn ihr die Düse dran habt, schaltet er immer auf Eco ein. Ich schalte mal um. Sorry, nicht auf Eco, sondern auf Auto. Wir schalten nochmal ein. Ja. Und hier seht ihr, er ist in der Autostufe, ne. So, wer es als Handsauger nutzen möchte, der ist natürlich hier super bedient, weil das Teil dann super, super leicht ist. Ja, da habt ihr ja gemerkt an den Gewichten. Das Schwere bei dem Gerät ist die Düse. Wir schalten hier mal ein. Ich wollte mal schauen, okay, was leistet er hier noch bei Eco, ja. Und zwar schwerer Reiß. Ja, also, das hat wunderbar funktioniert. Und jetzt können wir mal schauen, ob wir den auch so entleeren können, ne. Ja, auch das wieder Praxis, ne, um zu schauen, okay, für euch jetzt hier, A, passt das dann hier rein und B, entleert er auch, wenn ihr das Ganze hier so als Handsauger benutzt. Mal eben schauen. So, eingeschaltet ist es, er macht hier aber leider nischt. So, und jetzt schauen wir mal mit Rohr, inwieweit hier die Entleerung stattfindet. Ja, ihr hört schon, es bimmelt und dann geht's los. So, Freunde, ich habe Schmutz- und Lichttechnisch wieder alles gegeben, damit ihr das Ganze jetzt nachvollziehen könnt. Da hinten habe ich noch einen anderen Kankau dahingestellt, das nur dazu. Bringe ich euch zum Schluss, hänge ich an das Video dran, wenn ich mich schon verabschiedet habe, dann habt ihr noch für diejenigen, die wollen, noch eine andere Perspektive. Eben, habe ich euch ja abgehangen, ne. Und dann ist es so, später geht der, was das Lüften anbelangt, etwas eine Stufe niedriger, zieht also nicht mehr so fest. Und dann sind auch hier aus der Ecke diese Reiskörner noch mit reingezogen worden, wollte ich euch sagen. Okay, Leute, lasst uns hier loslegen. Und zwar gehen wir natürlich hierher und benutzen jetzt die Autostufe. Ich denke, das ist klar, wir schalten einmal ein. Das geht also wirklich einhändig. Wir warten mal einen Moment, bis er sich hier reguliert hat. Und wir fangen mit dem Teppich an. Ich schalte nochmal ab. Ihr seht, dass ich da wirklich diese Hundehaare reingerieben habe. Dieser Teppich lag jetzt hier so ein paar Tage unten gesaugt unten bei uns im Flur. Vor dem Eingang könnt ihr ja sehen, anhand der Tannennahle. Dann noch ein bisschen Reisrauge und da müsste sehr viel Tiefenschmutz drin sein. Ich denke, wir werden aber aufgrund der Kapazität, ich meine, es wären um die 400 Milliliter, die hier reingehen, natürlich wahrscheinlich zwischendurch mal entleeren müssen. Ich lege mal einfach los. Ihr hört, dass er jetzt hier auf Turbos schaltet. Aber er holt es raus. Ihr seht das. Gerade beim Zurückziehen nochmal hier, wenn ihr mit der Walze das macht. Wow. Also, starke Leistung. Ich hoffe, ich bin noch zu verstehen, weil er natürlich in dieser Stufe sehr laut ist. Aber. Ja, Leute, also, das ist wirklich ein astreines Ergebnis. Also, das ist wirklich toll, wie das Gerät das macht. Ich bin total begeistert. Und zwar auch deswegen, ich habe euch ja letztens den Sauger von DBA gebracht. Ich glaube, 200, je nachdem. Manchmal nehmen wir auch 250 Euro dafür. Und der hat hier an der Oberfläche gar nichts rausgekriegt. Das hier läuft. Also, ich schalte es nochmal ein. ... ... ... ... ... ... Das war's für heute. So. Ja, er schaltet wieder runter, merkt ihr. Also hier funktioniert die Sensorik mal wirklich. Wir schauen mal. Ah, das geht noch. Okay, dann gehen wir jetzt einmal über den Hartboden. Und ihr seht, bei Hartboden ist er schon auf ECO. Weil mehr braucht er da nicht, das erkennt er. Dann hat er hochgeschaltet wegen viel Schmutz. Also astreine Sensorik. So, mal schauen. Ja, hier fällt er wieder rauf. Er zeigt zwar noch ECO an, ist aber ganz klar schon wieder in Turbo-Mode. So, okay. Dann sagen wir... So, wir kommen jetzt langsam dem Rand näher. Da hat er auch wieder viel Schmutz erkannt. So, und jetzt schauen wir mal, was er macht, wenn wir an den Rand gehen. Ja, ihr hört's. Ja, es ist zwar, ich habe euch glaube ich in den letzten Jahren kaum noch eine Düse vorgestellt, die den Rand nicht ordentlich hinbekommen hat. Also bekamen die alle hin. Aber hier wird wirklich nochmal hochgeschaltet, Turbo, ne. Weil vieles landet ja auch mal unter der Fußleiste, ne. Und ich sage mal, der vergessene Schmutz von heute ist der Schmutz von morgen praktisch, ne. Wenn es dann wieder rausfällt. Also, der zieht hier wirklich alles raus. Und den Teppich hat er super hingekriegt. Ihr seht, das hier ist also ein Farbfleck. Das ist also nichts, irgendwas, was er nicht rausbekommen hat. Ja, also gefällt super gut. Wir wollten noch nach dem Licht schauen. Was passiert denn jetzt, wenn wir da unten in so einen dunklen Bereich gehen? Ist das Licht dann besser? Wir gehen noch einmal hierher. Schalten wir mal. Ja, ihr seht also, dass das Licht da hinten heller wird, ne. Also auch das, ihr seht hier. Auffassend. Jetzt wird es hell, ja. Ich ziehe nochmal zurück. Er dunkelt wieder ab, ne. Ja, also, auch das hier, ne. Astreine. So, ich muss mal gerade wieder aufstehen. Also habt ihr gesehen, dass er wirklich hinten da, wo es dunkel wird, wo ihr dann tatsächlich den Schmutz auch nicht mehr sehen könnt, dann wirklich hier das Licht hochschaltet. Also, astreine Sensorik, die hier hinter steckt. Und wir schauen jetzt mal, wir entleeren jetzt mal und schauen uns mal beide Filtrationen an, weil Reinigungsleistung war top. So, ihr seid live dabei. Ich habe jetzt das Licht nur nicht umgestellt. Wir geben es rein. Und schauen mal, wie er jetzt mit diesem Wust hier klarkommt. Bop. Ha, ha, ha. Und wenn er jetzt runterschaltet und hier unten würden noch Reiskörner oder irgendwas liegen, dann nimmt er die ganz zum Schluss noch mit, ne. Und ihr habt gesehen, wie er diesen riesen Tropfen, den du sonst da von dem Metallfilter teilweise runterkratzen musst, wie der das, plapp, war das Ding hinweg. Also, und jetzt schauen wir mal, wie sieht die Filtration hier bei beiden Teilen aus. Ist da irgendwo was rausgekommen, hinten oder sonst was. Schauen wir mal. Ja, schauen wir uns vielleicht zunächst vor dem Sauger einmal die Düse an. Was hat die denn jetzt hier so abbekommen? Und zwar nix, ne. Ja, ich halte euch mal näher rein. Ich kann auch gerne mal noch vielleicht ein weiteres Videolicht anmachen. Und dann seht ihr es nochmal ganz im Hellen. Also, trotz dieser massiven Verschmutzung, ich werde gleich noch sehen, wenn wir den Behälter entlernen. Der hat übrigens zwei Liter, habe ich nicht gesagt, was da an Schmutz wirklich aufgenommen wurde, was er sich ja aufgetragen hatte. Hier also, fast wie im Auslieferungszustand. Also, tip top, ja, auch hier oben kaum was angesammelt. Da so ein paar Härchen kann man rausnehmen, wenn wir, ich denke, wenn wir die Walze jetzt rausziehen würden, machen wir es ruhig mal. So, ja. Kommen wir dann da oben dran. Ja, da kann man also ganz normal mit einem Staubtuch lang gehen und dann ist das Ganze wieder weg. Also, tip top, sauber geblieben. Also, klasse, keine Haare sich drum gewickelt. So, wir können im Endeffekt jetzt hierher gehen. Wir fangen hinten an. Ich mache mal das andere Licht wieder aus, das blende mich ein bisschen. So, und wir schauen uns einmal hier die Filtration an. Hier sollte nichts ankommen, habe ich euch gesagt. Und da ist nichts angekommen, ne? Weil alles, was hier ankommt, wird wieder rausgeblasen. So, wir können auch mal innen schauen. Ja, auch da. Jetzt mache ich euch doch wieder noch ein Licht an. Da darf nichts, ne? Hier kommt nichts mehr an. Und das ist das, was eine gute Filtration ausmacht. Weil es nützt euch ja nichts, wenn ihr es nachher am Fernseher und Co. hängen habt. So, und auch das vom Handling her nochmal, ne? Ast rein. So, hier einmal gedrückt. Wisst ihr ja noch, ne? Was hier auf sein muss, damit wir das hier entsprechend lösen können. So, okay. Rausklopfen, das, was ich euch gesagt habe. Wichtig ist, der Filter, den ich euch gerade genannt habe, dass da nichts ankommt. So, das mache ich jetzt mal eben. Warte mal, so, okay. Dann seht ihr aber auch hier, ne? Was also den feinen Schmutzarmbelang, ist ja klar, in so einer Schmutzfarbenmatte. Ja, so. Ne? So, und damit habt ihr fast schon alles raus. Wenn ihr jetzt hier nochmal mit zum Pinsel lang geht und nochmal klopft, nochmal klopft, dann ist das Ding auch schon wieder sauber. So, lasst uns mal die Station anschauen. Ja, und auch hier schauen wir uns zunächst den wichtigen Part an. Und zwar, wie sieht es aus, eben halt hier mit dem Nachmotorfilter. Heißt also, ist hier etwas drinnen. Und da seht ihr, nein. Ja, also, ganz hinten jungfräulich sauber. Und das ist das Entscheidende, das hinten, wie gesagt, darf absolut nichts mehr ankommen. So, dann schauen wir uns einmal, nehmen wir den Behälter einmal ab. Und schauen uns mal an, was hat der hier rausgeholt. Und da gehen wir einmal her, nehmen wir wieder ein so ein weißes Blättchen hier. Und wir drücken einfach mal jetzt hier den Knopf. Mache ich mit euch zusammen. Ich halte aber mal unten die Klappe fest. Boah, ja. Leute. Ja. Also, ne. Ich hatte auch noch ein halbes Kilo Reißer noch da drauf geschmissen. Ah, ne, da war ja auch ein Teil von davor. So, wir schauen einmal hier rein. Ja. So sieht das Ganze dann aus. Hier hängt natürlich immer mal was an diesem Metallfilter. Ne, da muss man einmal mit dem Staublappen reingehen und das Ganze einmal sauber machen. Einmal mit dem Lappen komplett hier durch und schon seid ihr damit auch fertig. Ja, ich halte nochmal rein. So sieht es jetzt aktuell aus, nachdem ich zweimal mit der Hand da nachgegangen bin. Also, so, nochmal fertig. So, ja, hier, ne. Also. Ein halber Hund. Ja. So, alles nicht ganz so entscheidend. Ne. Den Feinstaub hatten wir hinten, wie gesagt, viel am Filter hängen. Ne. So, aber, wenn ihr seht hier, könnt ihr, ich kann es jetzt schlecht aufzeigen wegen dem Reiß, aber ich denke mal, ihr könnt sehen, hier gerade, ne, in diesem Ding, sehr viel feiner Schmutz eben halt auch. Und, ja, war das, war schon eine Anforderung für diesen, ich sage mal, doch kleinen Staubbehälter, den wir hatten. Aber ihr habt gesehen, plapp und schon, plapp und schon hat er das Ding in aller komplett rausgezogen. So, schauen wir einmal hier auf den Filter, ne. Hier ist was angekommen, ne, heißt also der hier, einfach entsprechend, der ist natürlich, unter Wasser zu reinigen, könnt ihr machen, muss natürlich durchgetrocknet sein, bis ihr ihn wieder reingebt. Ich denke, das ist mittlerweile jedem klar. Aber auch den würde ich jetzt erstmal ausklopfen wollen. Ja, so wie immer, entsprechend unten an der Mülltonne, nicht indoor, ja. Und wenn ihr es so nicht machen könnt, dann wascht ihn einmal aus. So, dann habt ihr hier den Vorfilter, ne, der ist natürlich auch zu reinigen, heißt also auch, da könnt ihr auch Wasser drüber laufen lassen, ausfringen lassen und so weiter. Aber auch den hier, ne, wenn man das jetzt einmal ausklopft, seht ihr das? Ja, wie gesagt, am besten unten an der Mülltonne, egal was die Nachbarn sagen oder sonst irgendwas, wenn ihr keine eigene habt. Und dann ist das Ding wieder sauber. Wichtig, auch hier auf der Rückseite, da ist nichts, ne, heißt also, da kommt hier dann nichts in den Motor. Und hier jetzt auch einmal Staub laden und dann ist das Ganze wieder gut. Ja, also, Filtration, auch so wie es sein soll. So, hinten bei dem einen Motorvorfilter war mir ein bisschen zu viel von dem Feinstaub. Kann aber auch sein, das kann schon mal daran liegen, dass ich das eventuell eben nicht so ganz richtig zugemacht habe, ne. Aber trotzdem top. So, Freunde, noch ein paar Dinge, bevor ihr es endlich geschafft habt. Und zwar Arbeitshöhe, also Boden bis hier oben hin, ist bei diesem Gerät etwas schmal. Es sind 100 Zentimeter, üblicherweise sind es so 105 bis 110, ne. Das heißt also, ihr habt da schon doch ein bisschen mehr Länge. Was schon mal passieren kann beim Saugen, bis ihr euch daran gewöhnt habt, dass ihr eben während des Saugens, wenn ihr dann zu nah an den Körper kommt, ne, dass hier auch mal arretiert wird. Das war das, was ich euch sagen wollte. So, dann ist es so, hier oben Auslöser für die Entleerung. Ist also nicht dieser Knopf, den ich euch gesagt habe. Der muss natürlich auch gedrückt sein, sondern es sind die Kontakte. Nicht, dass jetzt ein Schlaumeier auf die Idee kommt. Ja, okay, aber dann kann ich hier einfach hergehen und drücke diesen einen Kontakt hier runter und dann kann ich so entleeren. Nein, nein, also ihr müsst zwangsläufig immer eben das Rohr zumindest mit dran haben. Sonst könnt ihr nicht entleeren. So, ich denke, ich habe auch alles, was ich auf dem Zettel stehen hatte, abgearbeitet. Habe ich gesagt, dass es eine verlängerte Garantie gibt und so weiter und so fort. Ja, Freunde, das war es mit dem Video. Ich hoffe, wie immer ihr konntet, was damit anfangen. Jetzt alles Gute, bleibt gesund und Tschüss. Wow, also starke Leistung. Ich glaube, dass wir nach dem Zettel stehen, weil die Zettel sind ja sehr laut. Ich glaube, dass wir nach dem Zettel stehen, weil die Zettel sind ja sehr laut. So, er schaltet wieder runter, merkt ihr, ne? Also hier funktioniert die Sensorin mal wirklich. Wir schauen mal. Aber das geht noch, ne? Okay, wir gehen jetzt einmal über den Hardwood und ihr seht, bei Hardwood ist er schon auf Eco, ne? Weil merkt auch er da nicht, das erkennt er. Da hat er hochgeschaltet, wenig viel Knut, also ass keine Sensorin. So, wir mal schauen. Ja, hier drückt er wieder rauf, ne? Er zeigt schon auf Eco an, ist aber ganz klar schon wieder in Turbo-Mode. So, okay, dann sollen wir es. So, wir kommen jetzt langsam den Rand näher. Da hat er auch wieder viel Schmutzwerk dran, ne? So, und jetzt schauen wir mal, was er macht, wenn er an den Rand geht. Ja, ihr hört. So, wir machen jetzt ein Stück. So, wir machen jetzt sich einfach ein Stück. So, wir machen jetzt glaube ich mal. Also, wir machen. Und dann haben wir viele Nriffs ein bisschen mehr. D!... Untertitelung des ZDF, 2020